Guten Morgen, Österreich, mit Hirscher und dem Weltkappteam. Schönen guten Morgen, da ist der Marcel Hirscher und ja, heim dich zu. Frischer Neuschnee und im Anschluss Hoch Erika sorgten für traumhafte und märchenhafte Wintersportverhältnisse bei uns. Und diese tollen Wintersportverhältnisse werden sich auch in dieser Woche fortsetzen. Gilt als die spektakulärste Skiabfahrt der Welt und wird den Fahrern wie immer alles abverlangen. Sprünge von bis zu 80 Meter, Steilhänge von bis zu 85 Prozent Gefälle, Geschwindigkeiten von 140 Kilometer pro Stunde und das bei einer Streckenlänge von rund 3.300. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch am Dienstag weiter. Zunächst scheint die Sonne. Im Laufe des Tages ziehen ein paar lockere Wolkenfelder auf. Die bleiben aber harmlos. Jetzt ist das Ganze bei Temperaturen von um die Null. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.